Willkommen zu Nerd&Drum spielt, Legends of Runeterra gucke ich rein. Hier ist der Prolog, ich habe jetzt eine Führung freigeschaltet. Neues Deck, Zauber und List zum Fortfahren klicken. Einführung, Kampf der Klingen. Mach dich mit dem Spielfluss von Legends of Runeterra vertraut und hilfst gar in die unheimliche Klinge zu besiegen. Anfänger und Gattenspielchen. Ah, Mama. Angriff, Abwehr, Beschwören. Garen gegen Carolina. Nutze deine kleinen Fähigkeiten um Garen zu helfen, Carolina zu besiegen. So, ich kann jetzt nur Citria von Wolkenfeld spielen. Neuer Rekrut meldet sich zum Dienst. Dann kann ich die auch anklagen. Angriff! So, blöde Beine. Oh, tolles Citra. So. Melde mich zum Dienst! Ihr könnt auf mich zählen! Greif nicht an. Ich kann nicht angriffen. Okay. Du hast eine Karte mit einem Schlüsselwort gezogen. Klicke auf die Karte um sie nicht anzusehen. Bewege die Maus über robust um herauszufinden was es bedeutet. Er leidet ein weniger Schaden aus allen Quellen. Okay. Ich gebe mein Bestes! An mir kommt niemand vorbei. So, dann kann ich jetzt hier. Heute wenden wir das Blatt im Krieg! Haha! Ein toller Tag für eine Abrechnung! Spiele nie fair! So, was haben wir hier? Direktangriff. Schlägt beim Angriff vor der Abwehr zu. Aha! Im Prinzip das was bei Magic First Strike ist. Wenn ich Pfeu geschlagen habe, rufe mich dann zurück. Oh! So, jetzt kann ich entweder... Den brauche ich beim Angriff. Also, spiele ich den. Bereit zum Einsatz! Wir haben Angst! Das sagten sie auch. Ich gebe nicht nach! Stand auf bleiben! Dann sind die beiden weg. Nur über meine Leiche! Dann gucken wir mal wie das funktioniert. geht es bitte auch? Wie gesagt! Ich gebe jetzt einmal ein Geiss. Und ich meine denne und pale. I Stellier Coalition. Ich fahe! So cool. So cool! Was ist das? Kann nur von einer ungreifbaren Einheit abgewehrt werden und robust. Okay. Dann spielen wir den jetzt. Wir werden nicht zögern! Los! Alles steht auf dem Spiel! Und... Bleibt entschlossen! Noch 20 zu 14. Oh, wir sind schon da. Kein Zoll! Das ist bedrohlich. Kann nur von Gegnern mit mindestens Stärke 3 abgewehrt werden. Krieg lässt keinen Raum für Zuneigung. Sieht aber trotzdem nicht schlecht aus. Was haben wir hier? Fromme Reaktion. Unterstützung. Dann wird die Einheit rechts von ihr verstärkt. Das heißt, wenn ich die jetzt spiele... Kann ich jetzt angreifen? Du bist unbedeutend. Für das Imperium! Jetzt kann ich trotzdem wieder angreifen. Wenn ich jetzt nichts ausspiele... Kann er den nicht blocken? Müsst er schicken. Ich seh dich! Keine Zurückhaltung! Das ist von der Strategie ein bisschen anders wie Hearthstone. Oh. oh Das sind Karten, die ich gekriegt habe. Und das sind die, die ich erledigt habe. Ja, dann kann ich hier das nächste Mal weiter gucken. Vielleicht wird ja auch dann mal irgendwie das Deck bauen erklärt. Okay. Okay. Okay.